Der Gegner, 2 Meter und 1 groß, 112 Kilogramm schwer, aus Hamburg, Deutschland. Der Träger des WXW Wrestling Academy Cups, hier ist Oskar! Jawohl, Caps lockt an! Und, oh, der Headcoach der WXW Academy, Robert Dreisker, lässt sich hier auf den Streit ein, will ihn hier davonscheuchen. Nach den Ereignissen bei 16 Karat Gold, die Attacke auf den ehemaligen Sportler. Und was ist das? Du begießt ihn hier mit seinem Getränk. Das darf doch nicht wahr sein, was für eine Respektlosigkeit von Robert Dreisker. Oh ja, ja das, das blüht hier jedem zahlenden Kunden, der die Wrestler angeht. Die Batschkab Security greift ein. Völlig zu Recht. Streiten ist okay. Aber das Getränk darf nicht fliegen. Unglaublich. Unglaublich.